Jetzt kommt der nächste Pit, äh, Tipp. Wisst ihr ja, was ich meine. Ich verwechsel das schon mal vorwärts und rückwärts. Ey, der Countdown läuft ja, ne? In nur ganz wenigen Tagen in dieser Woche. Es wird fixiert auf die Mitte der Woche. Ist ja ein schönes Ereignis, ey, da freue ich mich so drauf. Na, Udo ist auch dabei. Ja, der ist mittendrin. Und dafür gibt es jetzt den nächsten Tipp. Jetzt müsst ihr nur noch genau überlegen und alle anderen Tipps, die ich in den letzten Tagen rausgeschmissen habe, zusammensetzen. Und dann habt ihr vielleicht schon die Lösung. Und wer das als erstes reinschreibt, der weiß, was ich da mache, was das für ein Ereignis ist, der kriegt von mir ein Video geschenkt. Einfach so. Oh, warum mache ich dem seinen Namen oder irgendwie so? Das kann man ja noch verlegen, ne? Hm, tschüss. Schlaf gut.